Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Projekt 2. Ah ja, okay, dann haben wir es hier. Äh, ist das das Ding, was wir brauchen? Jupp, ist es. So, dann war... Irgendeine der Wände. Ah, das war es. Okay, so, dann haben wir alle, ne? Sehr schön. Und auch alle Gegner erledigt. Einmal den Dataspinner. So. Ähm, und jetzt müssen wir halt nochmal zurück in den Palast. Vielleicht können wir damit jetzt ja irgendwas abschalten. Aber gut. Dann haben wir hier alles erledigt. Erledigt, Verzeihung. Das freut mich. Ah, wir haben Strömung. Dann müssen wir eh da hinten wieder runter. Alles klar. Na, ich dachte gerade, da wäre noch ein zweites Rohr. Hier. Wir haben hier. Hui. Stimmt. Laser habe ich nicht verwendet. Dann... Ja. Ein paar Granaten noch. Dankeschön. Ähm... Wo ging's dann hier wieder raus? Da unten, ne? Alles klar. Und dann haben wir... Diesen Aufzug. Der mich wieder direkt in den Palast bringt. Gut. Soviel dazu. Dann schauen wir, ob wir hier noch was reißen können. Wir sind jetzt erstmal noch im Lower Palace. Müssen aber... Gucken, dass wir das jetzt irgendwie... Ah, warte mal. Ich glaube, hier unten war noch irgendwo nen... War das hier? Hm. Hier war ich noch nicht. Na dann. Hi. Hi. Ich kann ja auch mal ne Runde rumlasern. Okay. Da kommt der Dataspinner rein. Mhm. So, dann... Mhm. Hi. Kommt ihr denn her? Hartnäckig. Hartnäckig, hartnäckig. Ähm... Gut, eins und zwei haben wir. Oder? Ja. Bei dir unten? Ja. So, da war noch ein Dota-CD. D. Wer schießt denn noch? Da, hier. Geht doch. So. Ähm... Vom Upper Palace wäre das. Genau. Genau. Aber erst mal auch schauen, was hier so abgeht. Ist... Aber hier waren noch Leben, ne? Jo. Gut, die halten einfach generell viel zu viel aus. So, dankeschön. Äh, da ist vielleicht auch noch zu. Jawohl. Ja gut, wir nehmen die Dikere. Freutlich effektiver. Hm? Hm? So, hier scheint es aber auch noch irgendwie rauszugehen. Gut, da war etwas grüner abgeschaltet. Ähm... Ähm... Ah, genau. Also, genau. Wir müssen es in den Raum... Um es umzuprogrammieren. Genau. Du bist jetzt offen. Dann... Den linken Pfad. So, wie es aussieht. Und da muss dann oben irgendwo ein Lift sein. So ein Aufzug. Hm. Da würde ich gerne hoch. Ah, ich glaube, hier bin ich jetzt richtig. Gar nicht das Abschalten, dem ich da drauf schieße. Oh. Zelte? Das Zelte sehe ich als Siegelt. Ähm... Gut, das war das. Gut, da ist der Dings. Der Lift. Alter, Verwalter. Bist du das... Gemälde. Ja. So... Gut. Äh... Dann, genau. Aber unten bei dem grünen Switch war noch was. Äh... Wie kommen wir da nochmal? Ich glaube, hier lang, ne? Jo. Okay. Hm. Mhm. So. Red Laser, Dataspinner... Äh... Secret 2. Wo war denn das mit dem grünen? Da. Ja. 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 Okay. Irgendwo hier. Ja. Sollte was sein. Und das hat den Secret geöffnet. Das Secret geöffnet. Okay. Dann fehlt noch eins. Und das ist immer nur das, was halt nur auf Hard-Settings geht, ne? Oder? Ach ne. Das war der, den wir gerade gemacht haben. Okay. Da müssen wir mal zurück, wo Secret 2 war. Äh. Okay. Da ist dann wohl auch noch irgendwie oben was. So, Secret 2 war hier. Hier. Warum haben sie das nicht als Secret 3 dann direkt gemacht? Das wäre etwas praktischer. So. Hm. Oben auf den... Irgendwo ist hier ne... Wo ist denn hier ne Laserwaffe? Da unten. Ah ja. Ah, okay. Wir müssen also hier hoch. Oh. Alles klar. Ist das schon ein Secret? Ne. Ne. Da kommen wir nur wieder zurück. Also noch weiter nach oben. Ah ja. Aber das zählt nicht als Secret, wie mir scheint. Ah ne. Moment. Ah. Da müssen wir das Gelbe abschießen. Okay, gut. Merke ich mir. Da müssen wir jetzt eh in den Upper Palace. Kann ich? Ne. Dann muss ich nochmal zurück. Deswegen ist es so weit runter. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Dann. Ja. Auf geht's. Die Richtung bitte. Haben wir denn... Ah gut, da fehlen noch ein paar Gegner tatsächlich. Wir haben ein bisschen verwinkelt, ehrlich gesagt. Das nochmal schnell mitnehmen. Ey. Warte bitte. Alter Mann ist kein D-Zug. Alte Ziege erst recht nicht. Gut. Dann dürfen wir jetzt hier in den Upper Palace kommen. Okay. Einen. Und ein Silencer. Cool. So. Einmal, zweimal. Ähm. Keine Gegner. So. Dann dem roten Teppich erst mal folgen. Alles klar. Ah ne. Sehe ich hier. Hallo Secret. Dankeschön. Na? Was hat gesessen? Ähm. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben sieben Secrets tatsächlich. Danke. Nein. Ähm. 65 Gegner. Und zwei Sachen hier. Genau. Die Daten-CD müssen wir holen. Und dann wahrscheinlich wieder zurück. Alles klar. Ähm. Okay. Da wird dann auch schon das nächste Secret. Wie mir scheint. Nein. Darfst gerne mal sterben. So. Dann nehmen wir euch noch mit. Irgendwas explodiert doch noch. Ist da oben noch irgendwas? Da oben. Ich schätze mal, das soll so. So. Ähm. Großer Raum. Mit den. Explosiv-Dingern. Aber wir müssen wahrscheinlich ganz hoch laufen, oder? Hm. Nee. 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 Alles klar. Aber ich hab's gefunden. Gut. So. Das wäre Secret Nummer zwei. Ähm. Das Ding hätten wir... Achso. Das ist mit Herr Borea. Okay. Ist in Ordnung. Ähm. Dann wäre... Eins weiter oben, wo ich jetzt gerade bin. Da hinten wahrscheinlich. Jetzt. So. So. Schauen wir mal. Da hat er gerade jemand rumgestöhnt. Ähm. Stöhnt. Ja. Scheinbar. Da brauchen wir einen Security Pass. Okay. Nein. Hm. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo den Security Pass finden. Hm. Kann ich nochmal runter, bitte? Scheinbar nicht. Hm. Hm. Das ist aber auch hier wieder roter Teppich. So gut. Der rote Teppich ist da hinten. Da ja tatsächlich. Der geht hier lang. Ja. Ah, so ein Schuss rausgekriegt. Okay. Äh. Hier könnte es sein. Ah, nicht ganz. Sieht aber sehr ähnlich aus, auf jeden Fall. Na gut. Wir schauen in der nächsten Folge weiter. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.